Das Bergland von Umbrien am frühen Morgen. Ich liebe besonders die Zeit, spätabends kurz vor Sonnenuntergang, dort auf dem Weg zu sein, oder am Morgen, am frühesten Morgen, wenn alles ganz still ist. Sogar die Hunde, die werden irgendwann um vier Uhr müde und bellen nicht mehr hin und her, sondern geben Ruhe. Morgens auf dem Pilgerweg ist man ganz bei sich oder ganz bei Gott. Noch drei Tage werde ich durch Umbrien laufen können. Dann bin ich sogar schon am Ziel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es bis Assisi schaffe. Zu heiß war der Sommer und der Spätsommer. Zu unwegsam bei 40 Grad zu laufen. Woher Wasser nehmen durch eine Landschaft, die vielleicht völlig vertrocknet ist. Und ich sehe hier zwar eine sommerliche, eine hochsommerliche Landschaft, aber eine ganz lebendige. grandios, diesen Weg machen zu dürfen. Den Weg zu mir, den Weg mit Gott. Jede Sekunde. Jede Sekunde. Jede Sekunde. Jede Sekunde. Jede Sekunde. Untertitelung des ZDF, 2020